Heute bei der Weinlese im kleinsten Weingarten ganz Österreichs. Wie war die Arbeit, Herr Pfarrer? Sie hat natürlich nicht sehr lange gedauert, aber es ist ein symbolischer Akt der Dankbarkeit, dass wir in einer Weltstadt leben, wo wirklich Wein angebaut wird, Gemüse, Obst angebaut wird. Das ist ganz einmalig. Ich bin dankbarer, genieße auch dieses Weines, nicht nur bei gemütlichen Stunden am Abend mit Freunden, sondern in jeder heiligen Messe im Stephansdom wird Wiener Wein verwendet. Das ist eine großzügige Gabe der Wien-Weinwinzer. Dazu gehört das Stadtweltgut Kobenzl, dazu gehört May am Pfarrplatz, dazu gehören einige andere Winzer. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir für diese Arbeit im Herzen der Stadt auch Danke sagen können und hier bei diesem kleinsten Weingarten auch Hand anlegen dürfen, mitarbeiten können. Der Bürgermeister und ich machen das traditionell jedes Jahr und Gott sei Dank ist es heu wieder möglich. Es ist wirklich schon eine wunderschöne Tradition geworden. Wie viele Trauben haben Sie denn heute geerntet? Ich habe, glaube ich, 20 abgeschnitten und habe mit in den Kübel geben können. Das ist noch nicht das Ganze, was wir normalerweise trinken in einem Jahr, aber ein wichtiger, symbolischer Beitrag. Ich kenne mich da leider nicht so gut aus. Ist das jetzt eine sogenannte Spätlese, weil es schon ein bisschen spät im Jahr ist? Nein, es ist keine Spätlese, es ist nicht eine große, trockene Sache, die die Rot-Trockenbär-Auslese oder der Eiswein, sondern ein ganz normaler Vorgang, der mit dazu beiträgt, dass diese 100 Weinstöcke auch den Weinertrag des Weingutes Mayer vergrößern und vielen Menschen zum Genuss und zur Dankbarkeit sind. Offensichtlich sind Sie ein wahrer Experte, was den Wein angeht. Sie durften hier auch schon ein bisschen verkosten, Traubensaft und so. Wie ist denn die Qualität? Der Traubensaft ist die Exzellenz um diese Stunde, aber ich habe jetzt auch schon einen jungen Wiener gekostet. Er ist spritzig, er ist fruchtig, er kann natürlich noch mehr erreichen, wenn er noch ein bisschen länger im Fass ist. Aber so ein junger Wiener, ein paar Tropfen Genossen, ist ein wahrer Genuss und wirklich, ich bin sehr, sehr stolz, dass wir mitten in Wien solch einen Wein auch anbauen können. Also wirklich eine tolle Weinkultur, die hier auch nochmal richtig gelebt wird sozusagen und das mitten in der Innenstadt, sozusagen am Schwarzenbergplatz. Eine ganz einmalige Weinkultur, unvergleichlich, keine andere Weltstadt auf dieser großen, weiten Erde, hat so viel Wein am Baugebiet, mitten innerhalb der Stadtgrenzen und so viel Gemüse anbauen, so viel Obst anbauen. Wir können uns ja in vielen Bereichen selbst versorgen und sind auch Lieferant für umliegende Bundesländer. Abschließend hätte ich noch eine aktuelle Frage. Die Ereignisse der letzten zweieinhalb Wochen in der Politik sind natürlich an Ihnen auch nicht spurlos vorübergegangen. Die Sache mit den Chats, die ist schon im Vorfeld etwas hochgekommen, auch wie da von der ÖVP teilweise die Kirche scheinbar unter Druck gesetzt wurde. Wie fühlt sich das für Sie an? Es steht mir nicht gut an, mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern jeder soll bei sich beginnen. Wie gehe ich mit dem um? Mit Ehrlichkeit, mit Treue, mit Wahrhaftigkeit, mit Drohgebärden, mit Macht. Jeder soll da bei sich selbst beginnen und da tun wir gut daran, uns selbst jeden Tag in einen gewissen Spiegel zu schauen. Ich habe auf dem Stephansdom die Himmelsleiter, die steht für so und so viele Tugenden, die wir jeden Tag einüben müssen. Und da tut es uns gut, den Politikern, aber auch mir als Pfarrer und jedem Menschen, Frau und Mann, uns in dieser Tugendleiter Tag für Tag anzustrengen, dass wir nach oben kommen und nicht nach unten drücken. Sie haben es vollkommen recht, es ist natürlich sehr diplomatisch und sehr weise zu sagen, dass man auf die eigenen Tugenden achten soll. Aber bei der Politik geht es ja doch auch darum, dass die Interessen der Bürger und Wähler vertreten werden sollen. Ist da nicht schon ein Punkt erreicht, wo man mal langsam den Zeigefinger heben müsste? Dort, wo Gesetze gebrochen werden, dort, wo moralische Standards mit Füßen getreten werden, dort muss man schon sagen, das ist nicht in Ordnung. Das muss anders gemacht werden, aber mir liegt es fern, auf jemanden mit Finger zu zeigen. Aber es ist, glaube ich, jedem völlig klar, dort, wo öffentliche Steuermittel für Dinge gebraucht werden, die dem Eigeninteresse, dem Parteienteresse dienen, das ist nicht in Ordnung. Da sind Grenzen überschritten, die natürlich jetzt auch die Justiz beschäftigen.